Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft und ich laufe erstmal weg. Hiiii Hiiii Und diesmal ist der Wally nicht da, er ist auf einer Weihnachtsfeier Und wir haben was mal aufnehmen, wir poppen was Nicht erlauben Ja und Flo nimmt diesmal dafür auf Und falls ihr euch wundert warum ich jetzt mehr XP habe Das liegt daran, weil Wally mal aufgenommen hat Für den Zeitraffer Und ich warte mal drauf um zu gucken Und der Weih habe mich draußen 350 Mops angegriffen 1350 Warum so viele? Habe ich jetzt gerade noch Und da habe ich ja so Und Flo, komm mal Warte kurz Ich habe jetzt hier gerade mal ein bisschen das Honeyball Pack trennen Mal gucken wie das tut Flo dreht um Oh Achso, da hinten das schon Achja, Mehmet Mehmet Ja? Ich habe eine Schere Gillette Fusion genommen Ich weiß Ich weiß Ähm Da ich habe hier die Glowsnots mal angezogen Als ich alleine vergenommen habe und einen Knopf hingesetzt Weil ich denn immer betate Wow Krass Und hier erhöht um eins Lass es dann mal hier an das Halten machen Was soll es machen Du hebst aus Du hebst aus jetzt jetzt, okay? Irgendwo auch Mal gucken Mal gucken Mal gucken Mal gucken Was mit dem evil chicken passiert ist Ahja, genau Ähm Ich war ja da auf K-Gestanden ich weiß nicht ob es in der folge oder nicht, da stehe ich rum, mache irgendwas, auf einem explodierte das Chicken und da habe ich gedacht, das baue ich gleich ganz ab. Da war einfach nur noch voll wenig gestanden. Einfach nur noch voll wenig. Habs. Das war eine Möbelzeit. Ich bin Chicken. Und, bei mir wisst ihr es noch nicht, der Timer Mode ist drauf. Ich habe gerade schon ein paar Bäume gefällt, mit dem Timer Mode. So, wer ist. Scheiße, was mache ich? Wieso ist man Creeper mitnamen? Ist normal, ist brutal geworden. Brutal? Ich kann das richtig verstehen. Du bist brutal, ey. Scheiße, nein, ist einfach gerade bei mir gelangt. Scheiße, PC noch. So. Ich habe kein PC, ist nur nett, aber egal. Booker. Jeder sagt, das ist gleich scheiße, obwohl es das gar nicht stimmt. Ich habe mir aber den Glouston abgebaut. Ich gebe es noch. Okay. Ich habe noch Glouston. Gib mal. Gib mal. Hast du noch Holz? Äh, wie viel brauchst du? Gib mir einfach. Hast du Holz? Gib es ihm. Oh, gib es ihm so richtig. Oh, Flo, genau das hat so mal gelangt. Hast du Holz, Flo? Sag mal. Ja, hab ich auch. Oh, du bist so langweiler. Schnauze mit. Hab ich nicht. Ich habe so eben gesehen, du Spack. Komm, Bilou. Es war eine Lüge. Komm. Es war eine, äh... Du krebst dich jetzt. Es war eine optische Täuschung. Optische Täuschung in meiner Hand. Ja. Haha, schön. Oh, hast du viel Holz? Du hast doch gesagt, dass ich nur ein bisschen gefahren habe. Da fehlt noch ein Glouston. Hast noch ein Glouston? Nein. Ich doch nicht. Nein. Habt ihr eine Schaufel für mich? Ja. Ja, komm her. Ich habe noch. Wo bist du? Im Tempel. Okay. Musst du so gleich noch eine neue Spitzsäcke machen? Das ist ein bisschen Kacke mit dem Timer. Okay. Ich bin mal spitzig. Hier, komm mal her. Hier. Kriegst die Fischung kaputt. Hier, kriegst du noch eine. Kannst du kombinieren, Alter. Ach, Leute, ich mach das extra. Ist jetzt kurz vor Weihnachten. Also scheiß drauf. Oh, wenn es Heine Bull Pitter kommt. Ehm, haben wir, wir haben Erde, gell? Ja, wir müssen ganz viel in der Kiste haben. Ja, dann brauch ich mir keinen Sinn. Wo gehst du, Flo? Zu mir, in den Neu-Spitzer-Gemann. Ich hätt noch eine gehabt. Oh, Alter. Du kannst mal ein bisschen Eisen oder Holz mitbringen. Dafür kann man hier in die Kiste stellen. Ach ja, genau, ich hab hier Steine gebrannt. Ich hab selber kein Holz. Was mich sehr traurig macht. Was? Ich hab damals... Ich hab, als ich das erste Volus auf der Marke. Steine gebraten. Leck doch mehr. Krass. Leck doch mehr zu wollen. Hau, sieh ich. Hab ich mir doch geleckschlob. Ganz kleines bisschen. Also nicht der Wert. ich hab doch sogar noch die Stiftung von von einem Lernkurschen 1 das Trend als sie können geht ja überlebt immer so mit der Zeit einfach ja man macht es nicht mehr mit der keine Ahnung 2 über die Schöne halten macht mir Angst dass er es gefragt hat ein Gott was sind die Brüder Prozent der Stützliche Schwestern der Händel in der Arbeit Kulüber nicht mehr zu Prozent aus dem Bett aber so steht ich stelle dir doch ist mir egal er hat einfach nur Holzen hat mir nichts gegeben, du Arsch ich hab kein Holz hat jemand einen Enchanted-Bogen? nein wieso wärst du mir mehr durch den Ring damit? ach, der baut sich grad so geil hoch auch noch ich schieße ihn da jetzt runter, ich weiß dir bei mir laden einfach die Erdblöcke nicht oh, what the fuck wir laden die Erdblöcke einfach nicht na, man baut grad in der Luft ich bau den jetzt von unten einfach wieder ab doch jetzt seh ich die Erdblöcke jetzt, 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 jetzt woran sind sie denn? hörst du auf jetzt damit, wie wird? wie wird? ja, ja ja, ja, haha jetzt haben wir da oben so ein scheiß Ding stehen ja, ich, ich wollt da oben was bauen ja, ich, ich wollt da oben was bauen wolltest du nicht, du wolltest verflüchten, du Arsch nein, ich wollt, ich wollt wirklich da oben was bauen dann bau dich jetzt wieder hoch äh, Flo? ja? lass mal die vierte Kerze bauen äh, okay denk, 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 die hab ich ja respektiert ich soll zuerst mal mein Inventory ein bisschen entleeren auch ich auch jetzt hab ich Pfeile, wenn wir verschwindet, so viel ist es mir auch wieder nicht wert hörst du? das ist Mört auf ja, man, an die Zuschauer, ich lass es so rüberkommen, das würde ich nicht mehr mithassen, weil ich ihn immer so er hasst Mört Die Idiot er hasst mich wirklich ja, ich hasse dich abgrundtief das ging gar nicht das ist wie ich zum Let's Play dabei warte, lass raus aus dem Projekt Mört raus aus dem Projekt, man Das wäre Diskriminierung, also du musst es draus. Oha, nur weil du Türke bist. Genau. Ne, das ist falsch. Ja. Marcel, ich habe gehört, was von uns Glas ist nicht. Woher weißt du das? Mir war ne Erzähl. Der Arsch kommt durch das Display. Sure, du gibst uns jetzt vor, monst ein Glas. Oh, ich habe mir hammer viel Glas von euch gesnackt. Wie viel? Ich weiß nicht, wie viel es war. Das waren zwei Glas Scheiben oder so. Boah, Digga, übertreib. Sure, ich will Tribut. Fünf Dias. Für jede Scheibe. Ja. Ich kenne meine Pasha. Es sind so viele Sets liegen, ja. Ich kann so ganz viele Bäume wünschen. Ich wäre der Gartner. Gartner Flo. Mö, ich baut es da oben, sein Evil Chicken. Ohne Spaß jetzt. Der baut sein Evil Chicken einfach auf so nem Turm. Auf so nem 1x1 Turm. Alter, bei dem läuft doch jetzt richtig. Ich hab's festgemacht. Richtig, oder? Ja, richtig, genau. Schau, ich hab immer noch 6 Sets singen. Ist so ein Satzstein? Oh, Satzstein. Äh, bei mir sind... Zahnstein, ach, Zahnstein. Die haben keine Hühner mehr. Doch, die Lahn arbeitet nicht. Weil ich kein Zungen bin. So weit oben bist du nun auch wieder nicht. Ach, der will nur, dass die Evil Chicken fliegt, man. Das ist ne Wahrheit. Das ist deine Wahrheit. Oh Gott. Ja. Schnauze, Ziggy. Ja, ja, halt deine Schnauze. Raviert. Schau, wenn ich einfach mit Goldschuhen und ner Lederkappe ein Rüstungsteil hab. Was ist denn da? Lederkappe, Alter. Alter, die hab ich in meinem Haus gefunden. Das, das, das letzte Mal einfach entspannter ist ohne Walle. I'm not saying. Du hast nichts gesehen. Nein. Sicher? Sicher, warte. Mö, mö, du müsst die Geheimtruhe umlegen. Okay, ich schläg sie dann später um. Lass mal schlafen gehen, Mann. Geht nicht, ich bin oben. Ist mir egal. Lock ihn runter. Ja, schieß ihn einfach wieder runter. Ich werde teuschen. Mach einfach so, wie ich auch. Ich hab keinen Bogen. Mach doch bitte. Nö, es verfällt nur eine Pfeile. Wir haben unsere Küsse, viele Bögens. Oh Gott, nein, 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 nein. Es ist ein Skeletten, ein Skeletten, ein Skeletten. Ich muss hier unten unbedingt ausleuchten. Oh, ich dachte, ich konnte einfach noch mal ins Geheimtruhe. Du bist du, Alter. Bei mir im Haus. Ich schaue einfach so dunkel. Der Weihnachtsmarkt kommt ja eh irgendwann weg, oder? Weiß nicht. Nach Weihnachten vielleicht? Ich weiß nicht. Das ist ein Teil unseres Liste. Nett nachschrieben. Du wirst während der Aufnahme angeschrieben. Unprofessionalität. Ich hab jetzt auch voll unreagiert. Ich hab jetzt auch voll zurückgeschrieben. Aua. Lass das. Das ist nichts gerein. Lass das. Das ist nichts gerein. Loll, guck mal, du bist ein bisschen schicken bei euch. Loll. Schau. Alter, wir haben schon irgendwie schicken. Schau mal, wie ein Zahnstein. Ich nehme ein Zahnstein, okay? Von dir. Oh, ne. Aua, scher, alter. Apropos schön, aber. Ich könnte mal die am Atomischen gechartt werden. Stunken. Loll, das Skelett mit Ding enchantenten. Nächste, du, fluch. Na, war 21. Nur, warte, bis hin, 30. So, wollen wir das machen, was wir vorhaben? So, jetzt kann ich schlafen gehen. Ja, können wir machen. Ja, jetzt, wo du tobt bist. Ich glaube, Mehmet kommt ja eh nicht mit, der wird eh nur sterben. Ja. Geht ins Bett. Während du baust, gehen wir mal den Ender Dragon suchen. Wir kämpfen nicht gegen den, wir suchen nur. Ja, geh doch ins Bett mit. Ich bin im Bett. Ich auch. Ja, ist okay. Verpiss dich von mir. Verpiss dich von mir. Jetzt geht doch ins Bett, man. Ihr solltet. Vor allem, du hast 0a geschrieben, Alter. Aber wenn wir den suchen, dann ziehe ich mir die Rüstung an. Hä, ich wurde gekickt. Wieso? Bigs bad. Oh, langsam wird's langweilig. Aber ich verstehe, warum das Mabit nicht checkt. Was? Du weißt, dass ich das immer bin, oder? Ich kick dich mal. Woran ist man? Das wird's ja langweilig. Am ersten Mal. Ich will den Kickling Spam. Ich will den Kickling Spam. Ich geh aber kurz noch hier 30 Level, okay? Ich will das schon. Okay, ich verstehe, ich bin fast 3,28. Wie viele Enderpellen hast denn du? Nicht so viel, ne? Wenn ich mal Enderpellen würde. Hast du dir die Geheimtruhe gelegt? Nein. Doch, da sind sie. Nee. Nee, nee, natürlich nicht. Nein. Nur den ganzen Stuff weggelegen. Äh, Fluch? Ja. Darf ich mal auf meine Kiste gucken? Ja. Wie kommst du darauf? Kannst du schon machen. Hast du nicht das mit?